Wenn ich mir jetzt so eine Küche zulegen will, was muss ich machen? Am besten Sie kommen zu uns ins Studio. Da haben wir eine große Ausstellung mit mehreren Musterbeispielen. Da haben wir auch die ganze Bemusterung und da werden dann wirklich vor Ort die ganzen Materialien zusammengestellt und dann gibt es einen fotorealistischen Plan, wo der Kunde dann wirklich sieht, wie es ausschaut und kann sich das dann aussuchen, wie es einem am besten gefällt. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Messe Danke und viel Erfolg. Danke fürs Interview.